Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer von mir sehr, sehr selten auftretenden Videoart. Einem Infovideo. Prepare for being punished with information in... 3, 2, 1, 1... Heute werde ich euch mein neues Upload-Pattern erklären und sagen, welche Videoarten wann released werden. Fangen wir mit dem Custom-Projekt an. Custom-Levels, Reviewen und Let's Playen ist momentan mein Hauptgebiet. Deswegen wird es davon am öftesten Videos geben. Da in vielen Teilen Deutschlands jetzt wieder die Schule anfängt, gibt es die erste Folge immer montags um 11 Uhr. Damit man sich darauf freuen kann, wenn man von der Schule nach Hause kommt. Das ist eigentlich auch eine gute Zeit für die Studenten unter euch, da ihr die Folgen vielleicht vor die ein oder andere Vorlesung quetschen könnt. Die zweite Folge gibt es dann donnerstags abends um 18 Uhr. Das dürft ihr die Wartezeit aufs Wochenende leicht verkürzen. Zusätzlich zu alledem wird jedem Samstag um 19 Uhr eine Folge meiner neuen Rubrik gezeigt. Ich stelle euch kleine Indie-Spiele vor, also Spiele von unabhängigen Programmierern. Und nein, ich werde euch nicht Minecraft vorstellen. Ich denke, es gibt heutzutage fast keinen mehr, der noch nichts von Minecraft gehört hat. Die Spiele sind alle über Steam erhältlich. Es sind reine Gameplay-Videos. Ich werde sie nicht durchspielen, sondern vorstellen, damit ihr auch noch was davon habt, wenn ihr sie kauft. Wenn ihr mich mit diversen Votes davon im Gegenteil überzeugen wollt, werde ich sie natürlich auch beherzigen und das Ganze let's playen. Wie viele schon bemerkt haben, spiele ich zur Zeit das Spiel Slender und die anderen Slender-Maps. Da es noch ein paar davon geben wird, werde ich so schnell wie möglich versuchen, diese zu spielen, zu let's playen, aufzunehmen und das Ganze dann zu uploaden. Das wird aber nur an Wochentagen sein, an denen ich nicht sowieso schon ein Video uploote. Also nicht montags zum Bleistift. Um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, könnt ihr mich ruhig abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das war's auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Video. Euer Krash. Euer Krash.